Wir sind angekommen auf Carpatos und hinterm Suzuki Jimny sitzt schon der professionelle Fahrer. Das Fahrzeug ist ziemlich abenteuerlich, wie man sieht, aber richtig cool, total stylisch. 200 Euro all inklusiv. Für eine Woche, da kann man noch nichts sagen. Und die Maria war auch total nett und hat uns gerade schon erzählt, dass sie den Crack, dem Besitzer von der Villa, wo wir jetzt hinfahren, gerade schon an der Tankstelle getroffen hat. So, den Traumhubtür, die Aussicht haben wir schon. Das Wetter ist mega gut, 25 Grad. Und wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde fahren bei uns und freuen uns schon auf die Unterkunft. Also, wenn wir die Nähe von Demumen確認en, dann betöten die noch einen Tag zu Ende. So, wie immer wir die Äuere ausgültigen. Off, wir wollen sich, dass wir es in der Vollzeit auf dem Weg verhalten. So, wie immer die Musik zusammenhängt, das ist eine Leitung Wasserstraße. So, wie immer das Infizierde? So, wie immer ein bisschen Drauf wird. So, wie immer dachte ich die Kommentare hier. So, wir haben gerade Gegenverkehr, wir haben nicht viele Touristen, aber nicht viele Siden. Hallo! Oh, ich kann ja ein bisschen müde vor dem Gras fressen. Hallo! Hey! So, den Rest des Tages verbringen wir jetzt um sieben. Hallo! So, guten Morgen von unserem ersten Tag auf dem Gras. Wir haben ein fantastisches Frühstück bekommen von Bruce, von unserem Gastgeber. Hat für uns was ganz tolles gekocht. Und wir haben uns überlegt, wir wollten einen Strand sehen heute. Und in den wir gehen und wandern. Und wir kommen jetzt gerade zurück mit dem Wasser. Wir haben einen ganz tollen Hof, den wir gerade gebratet haben. Die Jagd Bootes Bay. Und hier sieht man schon ganz tolles, klares Wasser. Und die Wassertemperatur ist absolut perfekt. Genau richtig. Voll angenehm. Und da es draußen ziemlich windet, war es im Wasser sogar fast angenehmer wie draußen. Aber die Sonne ist zurück. Es wird ein gigantisches Leben die ganze Woche so wunderschön bleiben. Hier ist folgendermaßen unser Auto. Unser, das ist wirklich für mich. Ein fabelhaftes Fahrzeug. Sogar mit Softtop. Also keine Ahnung. Und ja, wir hoffen, dass nichts auseinanderfällt, solange wir mit ihm fahren. Macht auf jeden Fall total Spaß. Und jetzt gehen wir weiter zum Ausgangspunkt von unserer Wanderung. Und schauen, was uns erwartet. So, wir haben es mal wieder geschafft. 4x4 ist notwendig. Hier, der Chef ist voll am Work. Total entspannt, wie immer. Lässt sich ja nichts anmerken. Und wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt von Arkasa nach Khatogiri. Und wir versuchen jetzt an einem Ausgangspunkt von der Wanderung zu fahren. Und von da aus dann weiter nach Menetes. Dann sind wir ungefähr in der Mitte der Insel. Und werden dann auf der anderen Seite wieder zurück zu unserer Wohnung fahren. Vor allem haben wir noch ein kleines Picknick. Wir haben noch ein bisschen Obst dabei. Wir wollen ja mittags nicht so viel essen, so wie immer. Nein. Und dann machen wir noch eine kleine Wanderung und verdrehen uns die Beine. Und zwar hier auf den Komali. 685 Meter waren wir gerade oben. Es war nicht ganz so leicht, den Wanderweg wirklich zu finden. Ich behaupte immer noch, es war gar keinen Wanderweg. Sondern es waren irgendwie ein paar ausgetretene Ziegenpfade. Aber gut, hier hinten sieht man ihn. Ist ein ziemlich flacher Hügel. Und natürlich gar kein Gipfelkreuz, wie wir das von den Alpen kennen. Ungefähr eine Stunde sind wir gelaufen. So 200 Höhenmeter. Und jetzt fahren wir weiter. Wir haben jetzt hier gerade ein schönes Plätzchen gefunden. Was als Museum ausgeschrieben ist. Noch wissen wir nicht, was es ist. Aber das lese ich gleich in dem einzigen Reiseführer nach, den es von der Insel gibt. Und dann schauen wir mal, was es hier Spannendes zu berichten gibt. Die Aussicht ist immer noch super. Sehr dünn besiedelt die Insel. Hier steht unser Suzuki. Bisher gut mitgemacht. Die Straßen sind teilweise echt abenteuerlich. Und jetzt gucke ich auch mal da hoch. Sowas kann einem auch noch in Griechenland passieren. Wir haben ein paar Follower. Haben wir gerade schon auf der Hauptstraße gesehen. Und hier eine ganze Herde Ziegen. Voll süß. Mal schauen, ob sie sich trauen herzukommen. So, wir haben unser Auto geparkt. Und wir sind jetzt angekommen am Appella Beach. Einer der schönsten Strände der Insel. Wir haben es von oben schon gesehen. Es ist wirklich wunderschön. Das Wasser ist traumhaft. Wie auf dem Bahamas. Ohne Schweine. Wunderschön. Und ich glaube es sind auch keine anderen Leute. Außer uns da vielleicht ein paar oder so. Da hinten. So, jetzt sind wir am Appellabiet. Wir haben ein Plätzchen gefunden. Was wir jetzt mal angepasst. Ist wunderschön klar. Und wir sehen uns mal. Mal schauen. Wir sehen uns mal ungefähr. Nein, der ist ein straffes. Ich bin jetzt nicht an. Wir sehen uns mal. Und wir sehen uns ab. Wir sehen uns ab. So, wir haben jetzt den Appella Beach verlassen und suchen jetzt einen anderen Strand, dessen Namen ich schon wieder vergessen hast. Kaulaco. Und wir haben ihn auch schon gefunden. Wir haben jetzt hier oben geparkt und man kann nicht mehr weiterfahren. Das heißt, wir laufen jetzt zu Fuß hier runter und hier oben steht unser Jimmy, der uns bisher drei Dings hier erwiesen hat. Wir haben bisher noch keine Autoteile verloren. Das ist die wichtigste Information. Ansonsten läuft alles gut. Cabriofahren macht mega Spaß. Heute ist es auch richtig schön vom Wetter her ganz toll. Und jetzt machen wir unseren kleinen Spaziergang nach unten. So, wir starten heute eine kleine Wanderung. Wir haben den Jimny da unten abgestellt. Und sind jetzt im Lasto-Hochland und wollen heute den Kala Limni besteigen. Mit 1200 und ein paar Metern der höchste Berg. Wir wissen noch nicht genau, wo er ist. Es sieht alles sehr, sehr, sehr karge aus. Alles das gleiche Landschaftsbild. Dritter ist guter Dinge. Voll motiviert. Ein paar kleine Hunde im Dorf, die uns abgeschreckt haben. Hier sieht man die eine Seite von der Insel und da drüben später die andere. Aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Gut markierte Wanderwege mit einem roten Punkt. Wir folgen einfach der Ziegenscheiße und den etwas leicht ausgetretenen braunen Faden und werden dann hoffentlich in einer knappen Stunde oben sein. Sollte nicht so anspruchsvoll werden. Es bleibt spannend. So, es ist schon einiges gelaufen. Wir sind auf 1100 Höhenmeter. Knappe Stunde unterwegs. Wir vermuten, das Ziel ist ungefähr da oben hinter dem Baum. Es ist nicht so einfach, hier einen richtigen Gipfel zu erkennen. Wir haben immer, wahrscheinlich nicht schwer zu erkennen, aber ungefähr da ist eine Ziege und die beobachtet uns, was wir hier machen. Wir sind gespannt, wie lange sie da noch stehen bleibt und wo die Familie ist. Sonst ist es hier eine sehr interessante Landschaft. Wir haben überall diese spannenden Bäume hier. Ganz fällig und ganz piekstend. Das Einzige, was die Ziegen nicht anfressen. Die sind super eng verwoben, ganz vielen kleinen Dornen. Und die gibt es hier überall, diese ganz großen Büsche. Und manche werden grün, andere nicht mehr so viel grün. Sonst ist es hier sehr flach. Ungefähr da unten. Wo ist er denn jetzt? Gerade jemand hat mir noch gesehen. Da. Da ist der Jimny. Da. Gut. Greifen wir an. Suchen wir mal den Gipfel. Letzten Meter. So, wir sind oben am höchsten Punkt der Insel. Kali Limni, 1215 Meter. Leider. Leider haben wir keine Erdrecken-Toten-Blick. Es hat heute ein paar Wolken. Und wie man sieht, es drückt die Wolken einfach hier brutal über diesen Berg. Die ziehen auch verdachtsschnell. Auf der anderen Seite sieht man das Meer. Schön blau, aber es ist etwas windig. Vielleicht eine sehr schöne, einfache Wanderung. 500 Höhenmeter. So, wir sind schon ungefähr den halben Weg wieder abgestiegen. Wir haben gerade geredet und gesagt, wenn man sonst in den Alpen wandern geht, ist man natürlich ein bisschen verwöhnt. Also, die Landschaft hier bleibt immer gleich. Es gibt immer diese Stacheldrahtbüsche, die die Ziegen nicht anrühren. Und ansonsten haben wir Glück. Wir haben einen Aufstieg gewählt. Wir haben eine Weile überlegt, von welcher Seite wir auf den Gipfel aufsteigen sollen. Aber wir haben auf jeden Fall den richtigen Weg gewählt, weil es war der Windstilleweg. Wenn man mal darauf achtet, wie schnell die Wolken ziehen, es ist unglaublich, wie stark der Wind ist, wie stark der Wind oben war. Aber da er eben von der anderen Seite kommt, haben wir hier Glück und laufen jetzt schön im warmen Windstillen und sehen, links und rechts die Wolken vorbeiziehen. So, dann machen wir uns jetzt auf die nächsten paar 100 Höhenmeter wieder runter und schauen, ob der Jimny noch da steht und ob uns der böse Hund von diesem Hof in Ruhe lässt. So, hier sind wir bei dem Hof, der ein bisschen gruselig aussieht. Der große Hund ist drin. Wolfgang hat ja also die ganze Zeit halt. Hier ist ein ganz süßes Eselchen. Ganz süß. Und das Pferd möchte auch nicht weggehen. So was kann einem nur in Griechenland passieren. Ein schönes Pferd. Ein echt schönes Pferd. Tschüss, kleiner Babyesel. Nein, dann. Oh. So, guten Morgen vom vierten Tag Carpatos. Wir haben gerade das gemacht, was normale Leute in Mallorca machen und 60 Euro zahlen. Jeep Safari heißt es. Es war ein echt spektakulärer Weg hierher. Der ganze Weg ist voller Schotter und es war wirklich nicht leicht zu fahren. Aber Wolfgang hat es super gemacht. Und jetzt stehen wir hier am Ausgangspunkt, den wir zum Glück gefunden haben, weil es immer nicht so einfach ist, von unserer Wanderung in der Nähe von Diafkani. Und hier sieht man noch einen ganz tollen Olivenbaum. Und dieses Gebäude war das Zeichen, dass wir jetzt das Auto stehen lassen müssen. Ab jetzt geht es nur noch auf dem Wanderweg weiter. Und wir werden jetzt hier so ungefähr fünf bis sieben Kilometer in der Küste entlang wandern. Und hinten eine schöne Bucht und einen schönen Strand finden. Dann legen wir mal los. So, laufen wir einen wirklich schönen Weg entlang. Immer am Rand dieser kleinen Gebirgskette. Rechts von uns das Wasser. Richtig schön glasklares Wasser in den Buchten. Viele Steine. Genau, schnell, schnell, weil wir haben einen guten Weg vor uns. Je schneller ich laufe, desto länger noch mehr zu machen. Und ich habe ja versprochen, dass wir hinten nochmal am Beach liegen. Es geht natürlich nur, wenn die Sonne da ist. Und wenn wir schnell genug sind, weil wir müssen ja auch wieder zurück. Und bei Dunkelheit ist der Weg bestimmt lustig. Aber muss man ja nicht haben. Also, schnell, schnell. So, schon ein bisschen unterwegs. Gibt es wohl einige, die es nicht geschafft haben. Vermutlich aber halt nur eine Ziege. Die hat auf jeden Fall schon bessere Jahre gehabt. Siehe hier. Hier scheint eine kleine Fresshöhle zu sein. Man weiß noch nicht genau, wer hier frisst. Auf jeden Fall, wenn man davon absieht, ist die Aussicht genial. Superschön. Genau, superschön. Nur man erschrickt sich ab und zu, wenn man eine tote Ziege sieht. Ist natürlich verständlich. Rechnet ja auch keiner mit hier. So. Schaut euch das an. Weiter geht's. So. Der Weg ist spannend. Doch mehr als wir erwartet haben. Es geht da hoch. Versuchen wir das mal hinzukriegen hier. Es ist ein bisschen wie Treppen gebaut hier. Mit dem höchsten Vertrauen an die Erbauer. Alles voller Ziegenkot. Man sieht, dass die Ziegen anscheinend auch schon präferiert diesen Weg hier nehmen. Trotz, dass es bedeckt ist, es ist scheiße heiß. Mir läuft der Schweiß nur so runter. Genau. Er läuft runter. Ich hoffe, es gibt eine schöne Aussicht. Ja. Ich höre noch nichts. Ja. Wow. Super schön. Ganz ruhig gesehen. Es riecht nach Thymian. Gut. Dann geht's wohl hier an der Kante weiter. So. 5,45 Kilometer gelaufen. Es ist sehr, sehr heiß. Es ist sehr warm und schwül. Ich finde es eher schwül. Nach 5,4 Kilometer findet man den Wegweiser. Also hier geht's nach Tristomo. Da wollen wir auch noch hin. Da soll eine Bucht sein. Da wollen wir vielleicht die Füße reinhängen. Aber erst wollen wir noch dorthin nach Ekaterini. Das ist die äußerst nördliche Spitze von Karpathos, bevor man auf die andere kleine Insel rüberkommt. Und da wollen wir eigentlich noch mal kurz hingucken. Und dann einen anderen Weg nach Tristomo nehmen. Und dann später gehen wir eigentlich genau diesen Weg wieder nach Diaphani zurück. Kommen halt einfach aus dieser Richtung. So. Wir haben es geschafft. Dies ist der nördlichste Punkt von Karpathos. Da drüben. Das ist schon eine andere kleine Insel. Saria oder Siari. Was in der Art. So. Angekommen in Tristomo. Trist, wie Tristomo. Tristomo, the Green Key. Wir haben auch drei Leute getroffen. Aber man muss sagen, es hat auch ein bisschen was Bürgerkriegsähnliches. Weltkriegsstimmung. Wenn jemand eine Kulisse für einen guten Kriegsfilm sucht. Also es ist echt faszinierend. Ja, da ist ein Schaf. Das ist wirklich, also was soll ich sagen. Es ist die Hauptstadt von dieser Frucht, vom Golf. Von Tristomo. Da. Er hat sein Boot angekriegen. Er hat sein Boot wieder am Laufen. Er kommt nach Hause. Er fragt uns auch, wo wir hergekommen sind. Zumindest weiß jetzt jemand, dass wir uns bewegt sind. Also hier gibt es wirklich ein paar Häuser. Wenn hier einer tot in der Ecke liegt, wird es nicht auffallen. Es soll hier aber noch eine sehr schöne Felsenkirche geben. Und die wollen wir noch suchen wahrscheinlich. Ich versuche gerade meine Begleitung zu überreden, dass das eine gute Idee ist. Die Begleitung ist noch nicht so begeistert. Ja. Also von oben sah es nicht so verfallen aus. Aber es ist wirklich, ja. So. Ja. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Wir waren bis zur Nordspitze von der Insel. Waren dann noch ein bisschen da in diesem Trem, wie heißt das? Trem, Trem, wie heißt das Kaff? Tremontis? Na ja. Trist, Trist, Trist. Trist Thomas. Egal. Auf jeden Fall da, wo wir das Spukvideo gemacht haben. Jetzt sind wir auf dem Rückweg. Haben schon 15,97 Kilometer. Ist schon ein bisschen später jetzt. Die Sonne geht früh unter. Schon Winterzeit. Es hat gestern ein bisschen geregnet. Ein paar größere Steine auf der Straße. Aber es gibt hier noch eine Spurkarte. Das Aufwand, das noch eine Spurkarte, wkw! Hier gibt es einen Spurkarte. Hier gibt es drei, zwei, zwei, vier. Die sind Das ist die, sie sind. Da. Dann haben sie die Spurkarte, Dürfen. Deine Sturkarte sie sind dieaddinende, die Goten sein und die Quellen sind ... Vielen Dank. Vielen Dank. Aber auch das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimme ist, da hochzufahren. Aber es gibt hier einen im Auto, dem das gar nichts ausmacht. Im Gegensatz zu mir. Schauen wir mal, wie wir vorankommen. So, ich glaube, jetzt kommt das anspruchsvollste Stück, der Auffahrt von diesem Beach. Das Problem ist, dass durch den Regen, den wir hatten, die Straße echt ausgewaschen ist. Und wir hier ein paar echt fiese, fiese Villen haben. Und man sieht es jetzt hier schon. Also, das ist schon echt nicht ohne. Man darf da nicht reinkommen. Wenn der Jimny da reinrutscht, dann ist es finished. Dann werden wir wahrscheinlich auch fliegen und ich weiß nicht, ob man da wieder rauskommt. Sonst ist es aber eigentlich noch ganz okay. Wir fahren schön langsam. Vier mal vier. Haben wir nicht umsonst bezahlt. Und schon ist man wieder oben. Hier unten nochmal unsere schöne Bucht. Und jetzt nach hier hoch. Manchmal ist die Straße ein bisschen eingebrochen nach rechts. Das kommt heute am zweiten Ort durch den Regen. Ich denke mir, das war vorher nicht. Okay, geschafft! So, der erste Teil ist hinter uns. Jetzt kommen die westlichen zwei Kilometer. So, ganz da unten, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber da hinten sind ein paar Zelte und bei diesen Zelten waren wir vorher und es war eine ziemlich gespenstische Begegnung. Aber wir haben die Gruppe dann alleine gelassen, obwohl sie uns zum Grillen eingeladen haben. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020